Wie lange lebt eine Wachtel? Hallo und herzlich willkommen bei Wachteln in 3 Minuten, erklärt von der Wachtelfarm Hedstedt. Übrigens, wenn dir meine Videos gefallen und vielleicht auch schon geholfen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hilfst und deine Amazon-Bestellungen, vielleicht auch dein Wachtel-Zubehör und Wachtelfutter künftig über meinen Shop-Link hier oben bestellst. Dafür ganz herzlichen Dank. Wie lange lebt denn nun eine Wachtel? Das ist in erster Linie davon abhängig, wie gut und pflegsam du mit den Wachteln umgehst. Ob du ihnen ihre Legepause lässt, die von O bis O, von Oktober bis Ostern geht, oder ob du sie im Winter durchbeleuchtest, weil du Eier haben möchtest. Auch das Futter und die Zusatzfütterung spielt eine Rolle und natürlich auch die Stallhygiene. Ich kann dir sagen, dass ich selber schon Wachteln hatte, die 5 Jahre alt geworden sind. Auch jetzt aktuell habe ich eine Wachtel, die 5 ist. Das sieht man der auch an, das ist so die alte graue Mama, grau um die Augen, hat auch schon so langsam einen müden Blick und läuft schlecht. Aber sie lebt und lebt bestimmt hin und wieder auch noch ein Ei. Das Alter läuft bei Wachteln voll anders wie bei anderen Tieren. Es gibt kaum ein Tier, das so schnell geschlechtsreif ist wie die Wachtel selber. Abgesehen von Mäusen oder irgendwelchen anderen Tieren, ich rede von Nutztieren. Die Wachteln sind in der Regel nach 6 Wochen geschlechtsreif. Im Menschenalter umgerechnet entspricht das dann ungefähr einem Alter von 14 Jahren. Mit 8 Wochen sind die Wachteln legefest. Die Wachteln, da darfst du dann davon ausgehen, dass sie ungefähr 18 Jahre alt sind. Die Legeleistung ist bei guten Bedingungen in den ersten 2 Jahren komplett gleich. Dann darf man davon ausgehen, dass die Wachtel in Menschenjahren vielleicht etwa 50 Jahre alt ist. Bei Hähnen hört es danach schon auf mit der Befruchtung. Das heißt, das deckt sich so etwas in dem Alter. Die Hennen legen auch danach immer wieder Eier. Die meisten Wachteln, die meisten Wachtelhennen werden um die 3, 3,5, vielleicht auch bis 4 Jahre alt. Wenn du eine Wachtel dabei hast oder auch mal eine Wachtel hast, die 5 Jahre alt ist, dann darfst du davon ausgehen, das würde vielleicht einem Menschen in einem Alter von 100, 110, 120 Jahren entsprechen. Also kommt relativ selten vor, aber es ist möglich. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video, Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren und gern am Sonntag im Livestream vorbeischauen.